Produktionsstudio im obersten Stockhaus Hallo und Willkommen zurück Hallo Kriegmacher So komisches Zeug in sich reinwerfen Was kann ich? Energy trinken 1079 Schaden Was heißt das um 8? Oder schießt Oha Nehmt mal wieder das zweite Ding Ah hier Heilungsding Das war ein Sniper Deswegen hat er solche Daten gemacht Bei mir bin ich von Lattertum außen rumgegangen Guck ich, da ist gar nicht eine Ich weiß nicht, ich werde noch hier am heilen Nein Da bin ich halt rein Und schieb ich nicht mehr auf Na, das geht natürlich nicht Ich weiß nicht, ich kann nicht zu lang Hier an Oh, ist dicker Ne, der wird Erhörtig Erhörtig Kommt von Erhörtig 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 Gibt's da was? Gibt's da was? Ja Und Bleib still Bleib still Warte auf das Signal Dann stelle Und Hier ist eine Kiste Oh, besser auf den Kisten Ja Hier was? Ah ne Bloß Zwei Sachen zum looten Ja 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 Dann Da Ja 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 Oh, es hat sich besondere farbe haben halten sie irgendwie gar nicht mehr aus was grün ist dann geht 60 muss bei dir was gibt ja da unten lag eine waffe so kostet bloß du auch machen genau die gleiche bei mir ist es super bei mir ist genau die gleiche wo ich eben finde ich kann dir aber eine fette mg noch legen ob ich kann es dir geben oder so irgendwie ist doch gehen wir uns beziehen kommen wir als spende markieren höhere mit mit hinschlegen objekt teilen hier aber ist hier geben dann liegt am boden und wie tue ich jetzt etwas brauchen musste drauf gegen rechts auf die waffe liegt das licht hier also ja die waren wir zwei ja das ist eine vorherige und eine von mir und die willst du nicht meine die hat ja weniger wunsch das mal eben eins aber die hat noch keinen zu nein die will ich noch nicht meine hat akkonsum kann man jetzt los die droppen nix was sind denn das hier die schlugge ist denn da keiner doch da irgendwie streut mir die ein wenig zu viel warte mich dieses ja auch hallo ja hier ist geil danke wenn das loszügiger spender der könne hier geht auch wie vor den kohlein gehofft das ist aber ganz lustig er ist genau tragbares gerät erkannt ach nicht kalt ja super fuß vielleicht hat auch gesagt ich mache dich fast kalt kann natürlich auch sein ich mach dich ja gut funktioniert ja wenn sie liegen dann machen sie gut schaden aber werden sie ja relativ kriegen ja da drüben haben wir was liegen lassen sie nicht gerade haben wir da liegen lassen ja irgendwas haben wir da liegen lassen aber jetzt sagt es bei mir aber so ja dann laufen soll es sein ja 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 kann er lesen ist noch nicht weil wir wissen also immer stimmungen als und anders im gewinn dort wohl ist voll sind das mit dem deckungssystem eigentlich ganz freil doch ja das stimmt vielleicht tropfen die lilanen was manchmal manchmal nicht ja meine ist aber weit unterwegs oder ist einer ja irgendwie schildert viel auskollten ich habe mich nicht mal was heute sagen wieso nicht das gar im boden Du Arschlokke. Also hat er nur schneide Tierstück gemacht, der Kollege? Ne, der stand irgendwie im Fahrstuhl fest. Im Fahrstuhl? Im Fahrstuhl hat er festgepackt. Und wie auch, woher ist er aufkommen? Ja, und da haben wir uns nicht. Soll die weggehen. Ach so, da ist der Glas schade. Das war sicher Wade. Schade, aber er ist nicht unser Primärziel. Gehen Sie ins Fernsehstudio und bringen Sie die Kerle ein für alle Mal zum Schweigen. Ah, hier ist Waffenkiss. Da wird die Übertragung abbrechen, schnell, 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 weg, weg, weg. Und was hat er dort aufgenommen? Ah, ein Tacker. Ah Gott. Geh mich ab vom Tacker. Ohne deinen Tacker. Ohne deinen Tacker. Ohneinen, in agreement. Ohne deinen Tacker. Ohne einen Tacker. Kein ein Tacker. Ohne seinen Tacker. Ohne andere Tacker. Ohne unsere Tacker. Ich hab gestorben. Du stehst da oben. Da drüben ist auch noch einer rechts. Ich hab nichts. Suchen Sie nach dem Übertragungskontrollmodul. Darüber läuft die ganze Viewpoint-Kommunikation. Wenn Sie es zurücksetzen, dann werden die Truthsons ausgesperrt und wir können die Kanäle übernehmen. Bleiben Sie beim Modul und überwachen Sie die nächste Reset-Sequenz. Ich bleibe. Oh ja, klar. Mal wieder... ...bleiben. Warten. Ach so. Nicht an die Computer. Ja. Ja. Alle Einrichtungen vor Ort wurden zurückgesetzt oder befinden sich unter S-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Die Stihkontrolle. Unsere Kommunikation steht und die Truthsons bekommen nichts mit. Fluktuation im lokalen Stromnetz erkannt. Kommunikationseinrichtungen offline. Was zum Teufel? Ich sehe zahlreiche Gegner auf dem Dach. Sie bauen rund um den Funkmast. EMP Störsender auf. Es ist Wade. Er versucht den Mast zu sabotieren. Ohne ihn kann niemand von Viewpoint aussenden. Agent, gehen Sie aufs Dach. Sie müssen verhindern, dass er den Mast ausschaltet. Ja. Ja, das stimmt. Hier. Mit dem Fast-Tool fahren. Komme. Oh, ich bin gerade zu groß. Wir war noch auf und ist gefahren. Bei mir ist gar nichts gefahren. Ach so. Ach ja, da müssen wir erst die komischen Dinger kaputt machen, sonst ist alles gestört. Was ist sonst, was ist gestört? Drohne und so. Das flackert halt alles so. Drei Dinger. Mit dem aktiven EMP Störgerät ist ihre Scheldtechnologie loslos. Schalten Sie es los. Strukturelle Integrität siegt bei 75%. Agent, Sie müssen Wade aufhalten. Wir brauchen diesen Funkmast. Guck das nächste Mal. System fehlt Funktion. System wieder hergestellt. System gedrossen. System gedrossen. System wieder hergestellt. Äh, irgendwie jammern. Elektromagnetische Lauf. System reaktiviert. System gedrosselt. System wieder online. System T Funktion. Äh, geh ich mal rein, oder? Und mach das T kaputt. System reaktiviert. Ja, ich geh hier unten hin. System unterbrochen. Ist kaputt. System wieder hergestellt. Elektromagnetische Ladung verbraucht. Ja, gut. Ach, jetzt kriegen wir unsere Drohne wieder schicken, oder? Ja. Oh, hier ist ein Dinger. Au, au, au. Und der Schmerz wird weg. Scheiße, ihr Wäscher. Haltet sie von mir ab. Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kannst du was droppen? Geht noch nicht, das heilt sich noch. Bei Heilung heilen sie nur. Ja, das lädt sich dann auf. Oh. 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 重要ste Lutz��ه mesela. Oh. Ah, das war gut. Oh. Oh. Oh, oh. 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 Gehauen.